Herzlich Willkommen zum 5. Openair Überlebensspecial vom MetalVizia MetalClub. Heute zeigen wir euch, wie man einen Regenschirm macht, oder bei uns ein Dach, aber sie versteht es aus Hockeysaal. Für das HEP brauchen wir 3 100 Zelle Tappalsäcke, Gaffatape und unsere Alpenwert Biesäule. Zuerst nehmen wir mal einen Tappalsack, falten dann auseinander, wieder zusammen, dass wir ein Quadrat haben. Dann fangen wir mit dem Weg an und fangen hier zusammen zu rollen. Das Ganze machen wir zweimal, damit wir am Schluss 2 solches Höhlen haben. Diese 2 Stangen nimmt man, legt sie über das Kreuz hin und mit dem Abfall in der Mitte zusammen. Den dritten Abfallsack habe ich auch zum Quadrat gefaltet, damit sie mit der Kaffa zusammenkleben. Dann kommt das Kreuz drauf und dann mache ich die Salnefuecke mit der Kaffa an. So, wenn ich das gemacht habe, nehme ich unsere Biesäule, stehe sie auf das Kreuz hin und mache sie mit der Kaffa an. So, jetzt kommt das Kaffa an. Natürlich könnte man auch einen Knirps mitnehmen, aber das wäre ja auch langweilig. So, jetzt kommt das Kaffa an. Wenn ich die Kaffa an! Untertitelung des ZDF, 2020